frank wedekind der verführer es ist wohl möglich dass sich die gunst eines jeden mädchens ohne ausnahme gewinnen lässt aber leicht wird es nicht immer die hauptsache ist dass man den richtigen weg einzuschlagen versteht die übrigen herrn des intimen freundeskreises lauschten in gespanntester erwartung es war am 15 juni im jahre 1800 vor der sprecher fort als ich gegen abend zu tante matilda hinaus kam und sie mir mitteilte dass tags zuvor ihre tochter melanie von brüssel zurückgekommen sei wir hatten kaum eine viertelstunde geplaudert als melanie mit dezidiertem schritt ohne durch meine anwesenheit überrascht zu sein leicht errötend ins zimmer trat in körperlicher beziehung hat es sie ungemein gewonnen seit ich sie nicht gesehen ihre taille war schmal geblieben ebenso die schultern aber die hüften und besonders die formen des korsetts fielen mir durch ihre majestätischen linien auf mit dem ausdruck unnahbarer würde und einem eisigen lächeln auf den lippen reichte sie mir ihre geschmeidige kleine hand und nahm auf einem schmalen tabouret platz auf dem sie wie auf einem isolierschemel saß und von dem aus sie mich mit blicken maß von denen ich mich wie von klein kalibrigen gewehrkugeln durchlöchert fühlte ich schlug die augen nieder und wendete meine bemerkungen über brüssel und die großstädte im allgemeinen fast ausschließlich an tante matilda die mich nachdem wir noch etwa zehn minuten gemütlich geplaudert mit ihrer tochter allein ließ wie wäre es herr doktor wenn wir einen gang durch den garten machten fragte melanie um das peinliche schweigen zu brechen das nachdem sich tante matilda entfernt zwischen uns obwaltete ich bot ihr meinen arm und führte sie in den stockdunklen garten hinaus alle drei schritte ein streichholz anzündend in der befürchtung wir möchten gegen einen baum anrennen oder in die johannisbeersträucher geraten bis mir meine cousine mit einer unvorsichtigen geste die schachtel aus der hand schlug und mich hinter sich her in eine der lauben zog die zu beiden seiten des weges lagen nachdem wir uns auf der breiten hölzernen bank mit ziemlicher mühe zurecht getastet nahm sie meine hand in die ihrige neigte sich mit ihrem oberkörper über mich die lippen dicht vor meinem gesicht so dass ich ihren atem spürte und fragte mich woran ich denke an die griechischen inschriften auf den denkmälern im westlichen kleinasien entgegnete ich worauf sie meinte ich hätte einen stark ausgeprägten sinnlichen ton in der stimme ich erklärte ihr aber dass das altgriechische wenn es auch keine ursprache sondern durchaus kultursprache sei doch auf unsere modernen sprachen zumal auf die die wir sprechen den schwerwiegendsten einfluss ausgeübt habe indem es durch die mit altgriechischen inschriften bedeckten historischen denkmäler gewirkt so hinterhielten wir uns noch eine weile dann fühlte ich ein frösteln und geleitete melanie in der befürchtung wir möchten uns beide erkälten ins wohnzimmer zurück in den darauf folgenden tagen beschäftigte ich mich mehr mit ihr als ich erwartet hatte und beschloss schließlich da mir der gedanke an ihren klassisch modellierten körper keine ruhe mehr ließ sie für mich zu erobern drei tage später traf ich sie wieder bei tante mathilde es war drei uhr nachmittags und die tante schlief mit gewalt oder heftigkeit das wusste ich im voraus erweckte ich nur empörung ich musste also vorsichtig sein melanie trug ein kleid wie man es bei heißer jahreszeit nicht leichter tragen kann in hellgrüner seide und so weit dass es sie wie ein hemd umflatterte über den schultern weiß durch zwei schmale streifen gehalten sie streckte sich auf der chaiselon aus und lud mich ein auf dem fußende platz zu nehmen dann hakte sie die obersten haken auf um wie sie sagte besser atmen zu können sie schien auch in der tat sehr unter der hitze zu leiden indem ihre wangen hoch gerötet waren und sie kaum einen augenblick ruhig liegen konnte ich versuchte das menschenmöglichste ich brachte das gespräch auf kleopatra auf den frühling auf tanzunterhaltungen ohne dem mädchen mehr als ein stummes überlegenes lächeln zu entlocken schließlich nahm ich sogar einen pantoffel der ihr zufällig vom fuß gefallen und führte ihn an meine lippen dabei kajolierte sie mir mit ihrem fuße zuerst die hände und dann das gesicht wenn sie gewusst hätte welch höllische mater mir das verursachte in welchem orkan die leidenschaften in mir tosten und brandeten aber sie lag da so vertrauensselig als hätte sie ein neugeborenes kind neben sich ihre lippen öffneten und schlossen sich wieder ihre feine rote zunge wurde zwischen den blanken zähnen sichtbar aber keine spur von verständnis für meine taktik mir wurde auf meinem schmalen sitzplatz zumute wie napoleon auf st helena und als ich das herrliche weib nach zwei stunden vergeblich aufgebotener liebesmühe verließ fragte ich mich trostlos und niedergeschlagen wie die natur ein solches wesen schaffen könne ohne ihm einen funken menschlichen gefühls ein zu hauchen am nächsten tage überraschte sie mich mit der unvermittelten frage ob ich schon einmal geliebt habe ich hatte meinen feldzugsplan von grund aus umgestaltet und wusste nicht ob ich mit ja oder nein antworten sollte ich hatte mir vorgenommen sie gar nicht anzusehen und auf diese weise ihre eitelkeit zu kitzeln sie zu demütigen und mich umso begehrenswerte zu machen tante mathilde war zu einer kaffee gesellschaft ausgefahren wir suchten den kühlsten ort des hauses auf und gelangten in einen kleinen runden hochgewölbten gartensalon in dem außer einem alten rotsamten im divan nur gerade noch eine breite fächerpalme platz hatte hier abgeschlossen von der welt erzählte ich ihr meine geschichte nie in meinem leben habe ich eine aufmerksamere zuhörerin gefunden als ich auf die katastrophe zu sprechen kam wie das mädchen das sich aus tiefster seele geliebt mit einem handelsreisenden nach amerika durchbrannte durch vor ihren körper leises zucken ich sah meinen seelenschmerz von damals in ihren blicken wieder gespiegelt ich begann zu hoffen dass ich mich in ihrer beurteilung geirrt da geschah etwas unvorhergesehenes augenscheinlich hatte sie in ihrer erregung das knie zu fest an die kante des divans gepresst dadurch war die schnalle ihres strumpfbandes aufgesprungen und das strumpfband fiel zu boden ich hob es auf und überreichte es ihr darauf folgte längeres schweigen dann ohne sich weiter vor mir zu genieren streifte sie ihr kleid etwas auf und befestigte das strumpfband unter dem knie sie trug seid eine strümpfe wäre ich in gedanken nicht bei meiner ersten liebe gewesen wer weiß wozu mich die arglosigkeit hingerissen hätte aber auch so vermochte ich meiner empfindung nicht völlig her zu bleiben ich beugte mich nieder über den dunklen lockenkopf und hauchte einen kuss auf die weiße stirne aber da fühlte ich wie sie mich mit dem kleinen finger zurück stieß in ihren blicken lag etwas wie scheue furcht ein schrei drängte sich auf ihre lippen den sie nur mit mühe zurückhielt ich nahm meinen kopf in beide hände und stürzte wie wahnsinnig zum haus hinaus es wird mir ziemlich schwer werden die zeit die diesen ereignissen folgte mit kühlem blut zu beschreiben sie endete mit den qualvollsten seelenkämpfen die ich durchgemacht und die ich um die inschriften von ganz athen nicht zum zweiten mal durchmachen möchte nachdem ich mich zur genüge davon überzeugt hatte dass all meine diplomatie und feldherren kunst an dem mädchen verloren waren beschloss ich sie zu vergessen und meine gute alte tante matilda während ihres aufenthalts nicht mehr zu besuchen aber das gelang nicht und nun begann ich den frivolen absichten zu fluchen die mich dazu verleitet die schöne herzlose meiner bemühungen zu würdigen um mich zu zerstreuen suchte ich cafés und bierhöhlen auf wo ich oft bis nach mitternacht in gesellschaft angehender künstler saß denen nichts auf dieser welt mehr heilig war deren jeder seine zehn bis zwanzig mädchen zu herzensfreundinnen hatte und von denen man in einer nacht mehr lernen konnte als ein mann in geordneten verhältnissen in einer fünfzigjährigen ehe lernt nach einigen tagen zog es mich wieder wie an einer schlinge zum landgut hinaus melanie empfing mich im salon das heißt eigentlich empfing sie mich nicht sie saß am fenster und stickte nicht eines blickes würdigte sie mich und die blicke diese zum fenster hinaus warf waren so gereizt so inner wird so unfreundlich dass ich die herrliche landschaft beinahe noch mehr als mich selbst bedauerte sie bat mich jedoch noch einige altgriechische inschriften zu zitieren ich suchte in meinem kopf wie man eine kommode durchsucht aber meine gelehrsamkeit war weggeblasen ich fühlte mich so beschämt dass ich meinen hut nahm und nach hause ging als ich wieder kam traf ich sie mit tante matilde zusammen in der zwischenzeit hatte ich nicht eine nacht mehr geschlafen ich bat melanie mit mir in den garten hinaus zu kommen in die taxus laube oder in die jasmin laube aber sie sagte es wäre ihr zu dunkel sie fürchtete mit dem kopf an einen baumstamm zu stoßen wenn sie mit mir ginge ich war zerknirscht drei tage und nächte lief ich mit dem gefühl durch die straßen als ob mir ein schmiedehammer das herz bearbeite ich sah grün blau rot vor den augen die menschen die mir begegneten machten einen bogen um mich herum wer mir unversehens unter den hut sah froh erschreckt zusammen und meine kleider schlotterten mir am leib als hätte ich sie vom hausierer erstanden ich wurde binnen einer woche um drei pfund leichter am sonntag schleppte ich mich noch einmal mehr tod als lebendig hinaus und traf tante matilde allein ich griff unwillkürlich nach einer stuhllehne als sie mir eröffnete melanie sei bei einer freundin in der stadt dann unterhielt ich die kindische alte frau eine stunde lang mit schalen anekdoten was ich früher mit vergnügen getan hatte und was mir jetzt eine galeerenarbeit war nachdem ich mich verabschiedet steckte ich im vestibül den haustürschlüssel in die tasche ich wusste nicht warum von dem moment weiß ich überhaupt von keiner meiner handlungen mehr das wie und warum ich war zum nachtwandler geworden kurz vor mitternacht erwachte ich vor der haustür des landhauses ohne zu wissen wie ich her gekommen eine stunde später erwachte ich wieder und stand noch an demselben fleck mir war als stände jemand hinter mir und stieße mir unaufhörlich mit dem knie in den rücken so öffnete ich schließlich tastete mich die dunklen treppen hinab und pochte ohne der gefahr zu gedenken der ich mich dabei aussetzte an ihre kammertür wer ist da hörte ich ihre stimme ich bin es meine knie schlotterten keine antwort ich flehte ich beschwor sie ich ließ die türklinke nicht mehr aus der hand aber alles blieb still so stand ich nun fünf lange stunden bis es auf der treppe hell zu werden begann dann schlich ich mich durch den garten nach hause und verbrachte den tag in dumpfen hinbrüten die körperlichen bedürfnisse essen trinken schlafen existierten für mich nicht mehr in der folgenden nacht wiederholte sich die szene nur mit dem unterschied dass ich während der fünf stunden weinte und winselte wie ein kind das hinderte mich nicht in der dritten nacht wieder vor ihrer türe zu sein es gab für mich nur zwei eventualitäten zu ihr gelangen oder sterben wer beschreibt mein erstaunen als die tür dem druck meiner hand nach gibt es war der reine zufall denn kaum war ich eingetreten als sich das mädchen hoch aufrichtet und mir im flüsterton aber mit unerbitterlichster strenge befiehlt ihr zimmer zu verlassen das letzte und größte hindernis ihr mädchen stolz ihre persönliche gegenwehr die es noch zu überwinden galt mich wunderte nur dass sie nicht aus vollem halse um hilfe schrie um so unverhohlen gab sie ihrem schreck und ihre empörung mir gegenüber ausdruck sie nannte mich einen unverschämten menschen einen schurken einen schamlosen wüstling umsonst sie hatte den mut eines verzweifelten gegen sich ich brauche nichts mehr zu sagen ihre körperlichen kräfte ein so herrliches weib sie war waren den meinen nicht gewachsen ich war sieger deshalb meine lieben freunde sag ich euch es ist möglich dass sich die eines jeden mädchens erringen lässt aber so leicht geht es nicht die hauptsache ist dass man den richtigen weg einzuschlagen versteht haben sie denn den weg noch öfter erprobt fragte einer der anwesenden nein ich tat es auch dies eine mal nicht aus frivolität sondern aus psychologischem interesse und wie ich denn ein mann von grundsätzen bin gelang es mir auch später ihre zuneigung in dem gerade zu gewinnen dass es sich teils durch vernunft gründe teils durch schmeichel worte dazu bewegen ließ meine frau zu werden das ist das ende der erzählung der verführe von frank wedekind wenn es euch gefallen hat dann hinterlassen doch bitte einen like und vergesst nicht meinen kanal zu abonnieren vielen dank und bis bald